Hallo, Hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Ich drehe mal kurz das Mikrofon, so, damit ich auch da reinspreche und nicht nur dran vorbei. Gut, wir sind zurück in Bielefeld. Wie ihr seht, kennt ihr bestimmt diese Rettungssache, ne? Ich klappe mal wieder meine Anzeigetafeln hier aus und sage Status 2 für euch 3. Oh, hey, das reimt für Status 2 für euch 3. Gut, so, ich habe mal überlegt, welche Mods spielst du? Die Mods, die du in letzter Zeit runtergeladen hast, ja, sind schöne Spielereien, aber nichts Vernünftiges. Ach ja, sind alles so Mods, die mir ein bisschen gefallen, aber nicht so ganz. Es fehlt mir irgendwas, also, hm, habe ich mal wieder gesagt, ja, spielst du mal wieder eine Runde wie bei Felde. Wieso auch nicht? Feuerpkw. Einsatzalarm für das TLF. Äh, da, TLF. Einsatzalarm, dann hätte ich hier gerne noch einmal die Polymanzei vor Ort. Polymanzei. Nach da. Und dann muss ich hier oben eh nochmal einmal den updaten. Alarm. Alarm. 1, 2, 3, 4, 5, also das Moped auch noch querbeck. So. Schnellangriff. Absitzen. Du nach da, Verkehr umleiten. Du nach da. Verkehr umleiten. So. Du gehst mal direkt dichter. Du gehst auch mal ein bisschen dichter. So weit weglöschen, das geht ja gar nicht. So. Du. Route. Du. Du. Was seid ihr beide? Route 3 und 2. Beide nach oben. Unten. Unten. Und nach unten. Gut. So. Route 2 nach links, bitte. Komm schon. Nein. Route 3. Route 1. Okay. Ist auch genehmigt. ähm, du. Route 1. Sehr schön. Du. Route 2. Nach links. Nach links. Sehr schön. Du. Route 3. Nach links. Nein, Route 3 hab ich gesagt. Nach links. Nach links. Was ist es jetzt? Route 2. Du sollst Route 3 nehmen. Ja, toll. Streifendienst Route 3 hat nicht ganz geklappt. Streifendienst Route 1. Ja, Route 3 mag ja nicht so, ne? So. Route. 2. Route. 3. Sehr schön. So, jetzt hab ich auf jeder Route ein. Du holst ein Abschleppfahrzeug. Abschleppfahrzeug alarmiert und auf dem Weg zur Einsatzstelle. Du machst Minus. Du machst Pumpe aus. Achso. Braue ich wahrscheinlich gar nicht, ne? Gut, denn ihr beide aufsitzen. Du kannst auch Status 2 einfach drücken, ne? Aber andererseits könnte ich auch erstmal noch... Du steigst mal schon mal rein. Ach komm, ich mach an der Wache... Ich mach an der Wache... An der Wache tanke ich auf. Du gehst erst mal Status 1. Somit bist du schon mal wieder einsatzbereit. Und fährst nach... Dort. Nein. Du sollst einfach nur da hinfahren. Ohne Tamtam. Und auch ohne Blaulicht. So. Gut. Ihr beide... Könnt an sich auch Streifendienst machen. Also... Ist egal welche Route. Gut, die bleiben bei... Die beide bleiben hier. Fährt der gleich weg? Oder... Ich glaub, der fährt gleich weg, ne? So, ist der schon da? Dann park dich mal nach da. So. Oh, in der Auffahrt. Und ist das laut? So, als erstes... Von der Wache 2... Den RDW. Den hätte ich gerne einmal 3. Und das 3 NEF 1. Ich hab mich jetzt gar nicht weiter drum gekümmert, ähm... Was mit der... Äh... Version 2.1... Äh... 1.2 ist. Ganz ehrlich gesagt. Hab ich gar nicht mehr weiter verfolgt. Aber ich glaub, ist noch nicht draußen, oder? Oder wisst ihr da, was genau ist? Äh... Ich nicht. Also, ich schon. Hä? Ich nicht. So, ich weiß nichts genaueres. So sollte es rüberkommen. Hehe. Da liegt er. Dann park dich mal nach hier so. Schön, Licht ran. Und parken. Absetzen. Blaulicht bleibt an. Warnblinkanlage. THVU schwer. Jawohl. Kümmer ich mich sofort drum. Person von... Mit dem Auto angefahren. Richtig? Ja, sag ich doch. So, ich brauche... Das 2er HLF. 2 HLF. Ähm... RTW... NIF... RTW... RTW... Und ein Streifenwegerin. Oh, Streifenwegerin hat sich erledigt. Gut. Gut. NIF vorbei. HLF nach hier. Du kannst wieder nach Hause. Und du fährst auch dran vorbei. Absitzen. Hörst dir den. Du. Absitzen. Machst noch ein bisschen Blaulicht an. Und stellst dich nach da. Zack. Absitzen. Äh... Schere, Spreizer. Du den. Ach ja, das ist ja der alte. Also der laute, ne? Absitzen. Notfallrucksäckchen. Los geht's. So, hier, was sagst du? Ja. Ist noch nicht ganz transportfähig. Also wäre wahrscheinlich schon... Ah, guck mal. Ich bekomme ja Feiertagszuschläge. Ne? Ich habe ja jetzt das letzte Wochenende, war ja Pfingsten. Ich habe das gesamte Wochenende durchgearbeitet. Von Donnersab bis Montag. Also, ja. Und ich bekomme Feiertagszuschläge, weil hier jemand mich gerade gefragt habe. So. Das war das. Das zweite... Das zweite RTW. Der zweite RTW ist auch da. Alter, schön. Ist aber richtig geil gemacht, ne? Ist aber richtig geil gemacht. Ist das eigentlich jetzt die Standardansicht? Oder... Warte mal, ich teste mal was. Ähm... Einsatz abschließen. Einsatzboost will ich nicht. Ging das nicht irgendwie? Ich weiß es nicht mehr. Hm, ist ja egal. Ne, die Kameraeinstellungen, konnte man die nicht irgendwie verändern? So, gut. Ihr werdet nicht mehr gebraucht, ihr könnt abrücken. 20. Plieplup, plapp, plieplup. Ach ja. Und jetzt ist es ganz schön entspannt. Ich habe Dienstagmittwoch frei. Heute ist Dienstag. Dieses Video, denke ich mal, wird auch am Dienstag rauskommen. Gehe ich mal stark von aus. Okay, ihr nehmt euch den. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass ich das heute noch zu 17 Uhr hinkomme. Äh, hinkriege. Und jo. Ich hoffe. So, mit Notarzt oder ohne Notarzt? Das ist jetzt die Frage. Den können sie auch gleich abtransportieren. Ich habe das ja gerne, dass sie für Notarztbegleitung. Gut, und weg damit. Du kannst dir auch schon mal den Striker holen. Stretcher, Striker, 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 Stretcher. Ach, ich weiß das gerade nicht. So, dann kann der Polizist mal herkommen. Und du holst ja auch mal den... Nicht den Fahrzeug einsteigen. Trailer holen, bitte. So, du holst schon mal ein Abschleppauto. So, du. Was war das überhaupt? Akutes Abdomen. Bauchschmerzen, okay. Mal sehen, ob wir den Notarzt brauchen. War das mit Notarzt-Alarmierung? Ja. THVU Verkehrsunfall. War gar nicht THVU schwer. Notarztbegleitung. Und Abfahrt. So, ihr beide da rein. Du kannst wieder in dein Auto gehen und... Ja, was weiß ich machen. Dir die Zeit gut vertreiben. Ta-ta-ta-ta-tam. Tam-tam-tam-tam-tam-tam. So, ja, und jetzt habe ich gesagt, ja, ich bekomme Feiertagszuschläge und dann so... Ja, der macht das mindestens Spaß zu arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es immer Spaß zu arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ach scheiße, jetzt nimmt er wieder die Scheiß-Tonspur auf, ne, da muss ich das wieder so exakt drüberlegen, dass das mal nichts hört. Weil bei der Stadtfeldaufnahme habe ich mit der Aufnahme, also Bildschirmaufnahme, äh, auch gleichzeitig noch den Ton aufgenommen. Da musste ich das so genau drüberlegen, dass das keiner mitkriegt. Ich hoffe, ich kriege das dieses Mal auch wieder hin. Ich werde mir Mühe geben. Erinnert mich mal in den Kommentaren dran, dass ich das ausschalte im Programm. Ah, das habe ich wieder vergessen. Ich sitze hier irgendwie total schief. Ich weiß nicht, wieso. Und ich habe die Webcam diesmal gar nicht an. Die Farce-Karme. Aber ist egal, ich bin eh noch... Unausgeschlafen. Ich habe Augenringe bestimmt. Ne, ich habe gestern viel zu viel geschlafen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich glaube, ich habe mir für YouTube... Einen der bescheuertsten Berufe ausgesucht. Ganz ehrlich. Ich habe gar nicht so wirklich Zeit aufzunehmen. Das kotzt mich an. Das kotzt mich an, Leute. Was macht er denn da? Aber naja, man will sich ja nicht beschweren. Gut, dann könnt ihr... Kannst du auch wieder aufsitzen. Ihr könnt wieder auf Streife fahren. Was macht der da? Naja, ist ja egal. Gut. Aber auf jeden Fall... Ich muss ganz ehrlich sagen, der Job ist ein echt schöner Job. Macht Spaß. Ist zwar auch anstrengend und stressig, aber macht trotzdem fast immer Spaß. Und ja. Also ich konnte mich bis jetzt noch nie so wirklich beschweren. Dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Jetzt war ja Pfingsten und es war so wenig los. Was ist jetzt los? Tja. Ich höre doch, wenn was ist. Kann ich die eigentlich auch mit... Zwei Polizisten, ja. Alignieren. Da kommen sie angerannt. So. Wo ist er? Da. Komm los, Leute. Fahrt schon los. Jetzt. Ich brauche mal ein RTW, bitte. Machen wir das LAF zur Einsatzstelle. Dankeschön. Schade, dass ich hier nicht sagen kann, nimm den fest, nimm den fest. Bei Winterberg braucht man das ja bloß auf den alarmieren und schon... Hände hoch. Hände hoch, habe ich... Ich glaube es ja wohl. Hände... Alter, Leute. Ihr boxt den noch um. So, geht doch. Sehr schön. Das LAF. Job gemacht. Hier wieder... Status 2. Oder das LAF kommt mal her, hier. Brauchst du auch nicht mehr... Hey, Tattoo-Tata machen. Absitzen. Polraub. Stopp, 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 stopp. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Da hin. Die können ja genug Leute mitnehmen, das ist ja das Gute. Wo ist er denn? Da sprintet er, kommt er... Kann er da entkommen? Scheiße. Absetzen. Öffnen. Du da rein. Und direkt nach da hinten. Nein, 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 nein. Komm. Aufs Gelände drauf. Nichts egal. Du. Den kriege ich doch nie im Leben. Nie im Leben. Bleib hier. Los, Leute. Kommt schon. Den kriege ich doch nicht mehr. Doch, der kommt zurück. Ist ja geil. Ist ja geil. Juhu. Festnimm. Sehr schön. Saubere Arbeit, Leute. Lieberdings. Sauber. Nein. Oh, ist das gemein. Wieso? Oh, Mann. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und tschüssi. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.